An allen Ecken gibt es ja zur Zeit Plätzchen und Glühwein und damit das nicht so richtig ansetzt, muss man ab und zu mal den faulen Hintern hochkriegen. Ein richtiger Kalorienkiller soll der neue Fitnesstrend Jumping sein. Ich habe mich mal ganz professionell mit einer Pulsur ausgestattet und werde das mal testen, wie das so ist. Das Trampolin ist außen natürlich fester als innen. Innen ist es also schwieriger, die Balance zu halten und das ist natürlich mega gut für die Tiefenmuskulatur, weil du dich die ganze Zeit ausbalancieren musst. Wir sind jetzt fünf Minuten erst dabei und ich habe schon einen Puls von 180. Also wirklich, super anstrengend jetzt schon. Ich habe 15 Kilo abgenommen durch Jumping in so kurzer Zeit und ich fühle mich so fit, wie lange nicht. Du verbrennst echt viele Kalorien, viel mehr im Gegensatz zum Joggen oder ähnlichen Übungen. Genau, also es kommt natürlich auf die Person an. Ich habe es ausprobiert und ich bin trainiert und ich habe so ungefähr 800 Kilo Kalorien pro Stunde verbrannt. Also was extrem anstrengend ist, ist der Widerstand von dem Trampolin. Du wirst hochgebounced und musst mit aller Kraft wieder runter reindrücken. Super anstrengend! Super anstrengend! Super anstrengend! Das haben zwei Sportler in Tschechien erfunden und die haben es im Grunde erst einmal auf ganz normalen Haltesüblichen Trampolin ausprobiert, alle Schritte entwickelt und es ist halt mega Gelenke schont, weil du halt die ganze Zeit abgefedert wirst. Es ist immer dieses Hin und Her, die Knie werden entlastet, es ist nicht wie dieses harte Training auf dem Boden. Meine Oberschenkel brennen echt total, also es ist nicht nur Ausdauer-Workout, sondern auch Krafttraining hinein. Aber richtig gut, also es geht super schnell! Das Besondere am Jumping ist für mich, dass es einfach verdammt viel Spaß macht. Also dass es ausdauernd ist, du kannst eine Stunde alles geben, was du kannst und du hast die ganze Zeit gute Laune. Puh, ich bin ganz schön platt, man sieht es auch an meiner Gesichtsfarbe. Jetzt schauen wir mal auf die Pulsuhr. Knapp 600 Kilokalorien, das ist eine ganz schöne Menge in einer Dreiviertelstunde. Wenn man da nochmal ein bisschen Gas gibt, so wie Franzi, kann man sicherlich noch mehr packen. Also wenn ihr es auch ausprobieren wollt und noch keine Sportklamotten habt, dann haben wir jetzt was für euch. Wir verlosen nämlich 3x50 Euro Gutscheine für Zalando. Macht so wie ich, bestellt einfach ganz locker. Wenn ihr nämlich gut aufgepasst habt, sollte das gar kein Problem sein. Die Gewinnspielfrage lautet, woher kommt Jumping? Wenn ihr es wisst, macht mit, schreibt uns an gewinnspiel-at-hauptschau-sport.tv. Schnappt euch die Gutscheine und dann ganz viel Spaß beim Sport.